So, er da hinten kommt wieder angelaufen und wir kümmern uns erst mal wieder um den hier. Shit, diesmal steht er näher an der Kiste dran. Diesmal kommt er. Komm schon. Nice. Ich mach es nicht so, dass mir einer davon jetzt riesig gefährlich wird, aber... Gar kein großes Risiko eingehen und mich mit mehreren anlegen. Nice und wir haben auch schon wieder hunderter PS, es fehlen nur zwei. Der eine Jackie Chan hängt gerade für mich fest. Nein, scheiß jetzt nicht. Okay, 67 habe ich jetzt für die beiden. Komm schon, Minus. Okay. Shit, nein, 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 nein. Komm, Minus, wir machen das. Okay, einer ist schon mal weg. Okay, beide. Komm schon, jetzt lass mich hier wieder ein Speicher... Ja, hier ist wieder ein Speichelpunkt. Sehr geil. Darf ich schon nach unten? Ja. Oh, ich glaube, hier passiert jetzt irgendwas. Seht, was uns hierher geführt hat. Das Fragment des Feuers. Äh. Wer wagt es sich uns entgegen zu stellen? Wir sind die unerschrockenen Piraten aus der Bucht. Alle Besitzansprüche wären in unserem Angesicht nichtig. Was euer ist, gehört uns. Hat irgendjemand Kenny gesehen? Er hatte einen Unfall. Schon wieder? Also gut, Wedge. Ich bringe die Sache zu Ende. Ach stimmt, das waren ja hier Bix und Wedge aus Final Fantasy. Et cetera, et cetera, et cetera. Der Geist von Pirat Roberts, er ist gekommen, um sich seinen Schatz zurückzuholen. Wie töricht seid ihr? Das ist doch nicht Pirat Roberts Schatz. Es ist bloß irgend so ein Magi-Dingsbums, das wir vor laut dem Boss auf keinen Fall anrühren sollten. Ich glaube, Bix hat recht. Wenn das der berühmte Schatz von Roberts wäre, wäre der Boss der Piratenkönig. Ich wette, das ist bloß ein Pirat, der sich als Roberts verkleidet hat. Ich habe mich nicht mal verkleidet. Das habe ich auch gesagt. Aber auf mich hört ja niemand. Also, wie lautet der Plan, Bix? Der Boss ist nicht im Bad und er hasst es, gestört zu werden. Aber ich habe ihn trotzdem gewarnt, dass dieser Kerl mir etwas verdächtig vorkommt. Aber auf mich hört der Boss ja genauso wenig. Antrag auf ein Treffen, bei dem unser nächster Schritt besprochen wird. Antrag angenommen. Okay, darf ich jetzt die Scherbe einfach mitnehmen? Oh Gott, Captain Ahab. Alles klar, Captain Ahab ist hier. Was geht hier vor? Was für ein allmächtiger Schnurrbart. Ihr seid gekommen, um mich herauszufordern? Ich fühle mich, als wäre ich mit ein paar Debuffs belegt. Aber es kommt nicht in Frage, dass ihr euch dieses Magie-Dings da schnappt. Solid Snake, dieser Feind scheint mächtiger als die anderen zu sein. Seid vorsichtig. Oh Gott. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Okay. Wildes Button Smashing hilft. Nein, nicht. Nicht Captain Ahab. Okay. Wenn ihr irgendwo gegen chargt. Shit. Nein. Okay. Ich habe es so halbwegs verstanden. Bauer. Okay. Nein. Jetzt bin ich zu. Aber ich habe es verstanden. Ich habe es verstanden. Okay. Fortfahren. Ja. Den machen wir nochmal. So. Da ist er direkt. Puh. Ich hatte fast befürchtet. Ach. Wenn ich jetzt nicht es. Seif die Käfer karten würde. Alter, das gibt es doch nicht. Oh nein. Meine Güte. Okay. Also der hellste Stern am Himmel ist er nicht mit seiner Charge Attacke. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das war ziemlich nice. Nein. Und das war richtig beschissen von mir. Wenn ich hier zwischendurch einfach mal Leben bekommen würde. Ja. Und nicht. Boah. Das. Der Anfang. ärgert mich. Den habe ich einfach so richtig richtig krass verkalkt. Komm Charge. Nein. Das hatte ich gar nicht vor. Nein. Ich war doch weg. Ich war doch sehr, dass ich das nicht voran darf. Nein. 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 nein und ich glaube direkt wenn ich einfach geradeaus weiterlaufe passiert nichts na um gottes willen warum denn robert hat doch nicht schlagen einfach nein jetzt komm schon nice 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 war es das schon ich glaube das war es das war leicht anstrengend das fragment des feuers eins der fünf fragmente des magisch schlüssels der vulkan riecht aus schnell solltet schnell wir müssen fliehen jetzt okay das erste mal was auf zeit hatten wir glaube ich noch nicht oder hatten wir schon was auf zeit darf ich einfach gehen oder nein darf ich nicht komm schon lass mich doch hier auch du gehst mir auf die nerven ich muss hier weiter wir haben keine zeit jetzt aber bitte darf ich danke darf ich weiter komm schon danke aber drei minuten eigentlich müssten drei minuten reichen hoffe ich einfach mal nein nicht hauen nicht hauen weiter da hinten ist wieder das verbackte herz für danke da ich direkt war ja nein sie darf man direkt weiter gut gehen wir von aus ein oder zweimal wird jetzt noch jemand kommen und dann müssen wir hoffentlich durch sein da ist ich habe beide das ging schnell also schnell war ich glaube ich mit dem beiden jackie chance wenn sie gekommen sind noch nie fertig so hält mich noch irgendjemand besonderes auf oder sind wir durch dann hier ist noch ein gebiet na ja da kommt noch mal jemand dauer ich kann mich noch nicht doch ich kann mich noch hier beschweren leute wir haben hier keine zeit zu kämpfen okay ihr wollt euch hier mit mir anlegen ich glaube es hackt so reicht es jetzt auch langsamer aber so jetzt aber eine minute habe ich noch ich glaube wir sind fertig oder ja wir sind durch schnell kurung was ist passiert wir müssen das meer erreichen bevor der vulkan noch alles wird zerstört das sieht wieder da sieht man wieder was passiert wenn man mindend die verantwortung gibt und ich dachte man würde mich ob meine erfolge in der schlacht mit lob überholfen ja naja die frauen können uns immer nur kritisieren die würden uns nie loben so ist das nun mal schnell weg der vulkan die insel ist komplett zerstört fast tun mir diese armen piraten schon leid ein glück dass wir das fragment des magischschlösses rechtzeitig beschaffen konnten so ja sie hat sich diesmal gar nicht zu wort gemeldet gehen wir mal kurz zu ihr mal gucken ob sie jetzt noch was sagt wenn wir zu ihr reisen weil eigentlich haben wir den herzlichen glück ich habe das fragment des feuers wer weiß was aus diesen piraten wird vielleicht finden sie einen neuen ort zu leben ich hätte gerne einen ort den ich zu hause nehmen kann als ihr weitere informationen zu den fragmenten des magisches des braun kommt rück zu mir ach so wahrscheinlich hätte ich einfach auch so die zeit wechseln können und dann hätten sie mir was gesagt so ähm oh mein gott warum ist mir das noch nicht aufgefallen dass hier eine c16 kapsel eigentlich liegt und hier haben wir auch nochmal das red ribbon ding das ich oder nee ich glaube das waren wir tatsächlich noch nicht ich meine dass das mit professor giros labor zusammenhängt das wusste ich ja aber ähm ja das hier auch noch so so natur fern im südwesten mit einer insel auch den blablabla genau das war ja jetzt das was wir holen sollen das ist ja das ding was eben die ja da unten versteckt wird ja 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 ja